Alter, was geht ab, Leute? Heute war so ein chaotischer Tag und deswegen Pokémon GO obwohl ich mich damit eigentlich nicht mal so viel beschäftigen will Alter, Admin-Probleme, Gruppen-Probleme Vielleicht war ich mal in der Storytime dazu die Woche Max out Monday Ich habe gerne Unikum-Tage, was ihr heute gemaxt habt Ich gehe erstmal die Liste durch was mir noch so fehlt und dann maxst mir zwei Pokémon Ja, die Regionalen von Gen 2 Gen 1 ist komplett fertig gemaxt Max hit man top? Das stimmt doch gar nicht Achso, nee, doch, stimmt schon Den habe ich gar nicht gemaxt Mir fehlt noch ein Hunderter Ich habe ein Hunderter gebaut Nee, nee, stimmt schon Regional, Blumenstein habe ich Sonnfee fehlt aber noch und das Regional, Abso, ja, Relikant leider nicht bekommen Zwei Regis Weibliche Biene, ja Pachirizo Regional Ich habe den Namen schon wieder vergessen Chalelos Rosane fehlt mir, blaue habe ich Und den Geist, den werde ich heute maxen Da habe ich nämlich endlich ein Hunderter bekommen Regional, Lucario natürlich Regional Typok natürlich, woher Seen Trio Seen Trio Da fehlt doch einer Achso, nee Einen habe ich gemaxt Aber der war nicht 100 Aber 96 Stimmt Okay, ich verwechsel die Listen Max und 100 Ich bin aufgebracht Und dann Gen 5 Da haben wir noch nichts gemaxt Da drücke ich mich noch vor Gen 5 Weil wir haben nicht mehr so viel Staub Und nächste Woche Oder Ende der Woche fängt ja Teil 2 von diesem Event an Und das Joto mit Staubbonus Wenn ich da durchziehe Können wir ein paar Millionen Staub machen Und dann können wir Gen 5 attackieren Und Gen 5 endlich mal maxen Auf jeden Fall Ich maxe Den Geist Driftlon Und 100er Darkrai Hab zwar schon einen Darkrai gemaxst Damals 98 Als er das erste Mal kam Aber 100er Legendär oder Mysteriös Muss natürlich gemaxst werden Ich schaue mal hier kurz Screen Recorder an Check das Video von gestern ab Da habe ich einen Update gemacht Recap Was ich so Die letzten Tage So letzte Woche gefangen habe Die Highlights Und da war eben das 100er Darkrai dabei Der erste 100er aus dem Fanrate Und mit dem können wir auch Eigentlich direkt anfangen Genau Habt ihr schon ein bisschen gepusht Weil ich hatte ja die Feldforschung Wo man eben pushen muss Deswegen War der schon mal angepusht Zack 21,36 war er Zeige ich euch mal Dass er 100 ist Saftig saftig Und dann wie gesagt Trifflon Trifflon Und Zack Auf Max Der war jetzt Oh Oh nein Ich habe gar nicht mal genug Bommons für den Oh mein Gott Nein Merk es hat man Der fail Oh Mann ey War der so low? 12 12 Da fehlt noch ein Stückchen Mein Fehler Leute Tut mir leid Der wird auf jeden Fall die Tage noch gemakst Wenn ich mal ein paar Trifflonmogos bekomme Auf jeden Fall Das war es auch schon wieder Jetzt immer recht kurz Wenn Keine Box am Start ist Weil Man kann ja instant maxen Instant pushen Und Wie gesagt Das war gerade ein bisschen chaotisch Alter Mann Immer dieser Stress Auf jeden Fall Das war es von mir Leute Ich will mal liken Subscribe und kommentieren Checkt die Videos ab Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter Checkt den Shop ab Vergesst nicht Pokémon CS Business BAK 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 Kontakt